Ein Gedicht von Goethe, das ein bisschen verrückt ist. Du musst verstehen, aus 1 mach 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexeneinmaleins.